so und weiter geht's hallo liebe abonnenten ihr drei an der zahl ich fände das echt nicht schlimm wenn das ein paar mehr werden würden weil ich so sehr resonanzlos bin aber egal ich krieg das hin ich kann damit leben ich komme damit zurecht hauptsache muss jetzt erst mal unser kleiner eierkopf hier überleben so ich weiß jetzt nicht mehr so genau wo wir waren weil es ja schon wieder über eine woche her ach ja dass ich das gespielt habe das erste musste man da drauf springen ja schon okay ich habe das jetzt leider wirklich nicht mehr so richtig in erinnerung obwohl ich dieses stückchen schon einmal gelaufen so und hier war das jetzt anders da muss ich ah nein ja du sollst da nicht drauflaufen hätte springen sollen hallo ich habe eine sehr empfindliche tastatur ich möchte dass das auch dementsprechend hier reagiert hoppsa hoppsa in dem moment das stimmt ja wohl nicht ich denke hallo ja guten morgen so scheiße das geht ja schon wieder gut los ist ja derbe gut gut so geht's so so und soweit ich mich noch erinnere waren wir wirklich in der lage darüber zu springen wo du grausiges geräusch ich springe ja schon ich springe ja schon bevor wir au aber es ist machbar ich springe irgendwie falsch ab schacka 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 Och Kinder ich wollte doch gerade springen ist es denn die Possibility ja so ja rauf da weiter scheiße ha 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 Ey ja das ist jetzt zum üben oder so rauf da rauf da hoppsa wir laufen und hopsen genau wir laufen und hopsen genau wir schaffen das Oh ne das war jetzt irgendwie äh Out of Planung da rauf da rauf da rauf da drüber tschacka ja nein Selbstmord ist keine Lösung ich hab's doch schon hundertmal verklickert also Oh Gott Leute das kann jetzt nicht angehen hier ne Kacke so jetzt hab ich aber keine Lust mehr ich glaub ich hör jetzt auf bevor ich überhaupt angefangen hab oder was meine Güte verdammt nochmal kann man nicht angehen so jetzt rauf da jetzt rüber da ist ja aber nicht möglich hier hoppa schacka ja du schaffst es so du musst wenn die sich in Bewege Scheiße du musst die da rüber locken ich weiß es ich weiß es ich weiß es ich weiß es du musst sie locken mit deinen Locken Locken komm Kleder das werden wir wohl da hinkriegen hier oder komm zack hoppsa rüber da ja ich bin's hallo lauf 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 zurück ach ach was war denn das Dovid irgendwie müssen wir uns wohl ein bisschen mehr konzentrieren so geht das hier nicht konzentration 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 Lauf 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 Zwerg lauf nein oh er sollte springen er sollte springen aber es bis zu einem gewissen Maß haben wir jetzt ja schon geschafft ja immer mit der Geduld ne ja mit der Geduld ist immer so ne Sache bei mir ja kommt Maia her oh nein ist jetzt wohl nicht so ist jetzt wohl nicht so oh war dünn aber knapp nein knapp aber dünn oder wie auch immer auf jeden Fall geschafft haben wir hoi hossa lauf 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 einfach lauf einfach rüber ah ich hab ein schwere Schicksal Leute eins kann ich euch sagen der Kleine hat eine schwere Kindheit der Kleine Eierkopf hier das war ja ansatzweise ganz gut wenn ich da jetzt nicht irgendwie plötzlich einen Knoten in mir hin gehabt hätte oh ja hossa siehste ja die bösen Jungs die kommen dir jetzt hinterher du musst jetzt hier rüberspringen genau und hier drauf springen tschakka ja du bist gut Kleiner du bist echt gut du bist doch ein du bist doch ein ich würde jetzt wieder in die Grube so ja okay Da ist ein Wagen, kann man den ziehen? Man kann, man kann. Untertitelung des ZDF, 2020 Rate mal, rate mal, rate mal. Okay, ich hab jetzt hier raten. Also hier ist doll geraten. So, runter. Ich würde sagen, schieb den mal echt bis dahin. Da geht's nicht weiter. Lass den mal da stehen. So, und jetzt gehst du rüber. Auf die andere Seite, ne? Und springst an der Seite. So. So, springst an der Zeil. Komisch. Und da komm ich mal los vorhin. Und wenn ich jetzt... Naja, da brauchst du jetzt ja nicht Großschwung holen, glaub ich mal. Kommt der ganz langsam wieder runter. Ah, was will mir das nun sagen? Weil das Problem ist, ist das ja der Vordere da nicht. So, jetzt... Let's go. Let's go. Okay. Komm runter. Nein, 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 das war schon sehr nicht richtig. Ja, kann er nicht sein, okay. Und vielleicht kann er da rüberspringen, genau. Darüber, und jetzt springt er an der Zeil. Ah, jetzt springt er da rüber. Jetzt springen wir da runter. Geht nicht. Jetzt weint er, der ist ja völlig... Du störst im Moment. Auch mal da hoch. Darüber. Da reinspringen. Hoch, 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 hoch. Und, äh... Jetzt machst du wieder da rüber. Wenn du schnell bist, schaffst du das vielleicht auch. Jetzt und das da ran, genau. Äh, Moment mal. Da gab es doch einen kleinen Moment. An dem die beide gleich hoch waren. Also beide den Boden nicht berührten, richtig? Also nochmal. Nein! Ich wollte euch jetzt nur mal zeigen, was passiert, wenn er da rein gerät, ne? Oh, oh. Kommt, Sweetie. Und jetzt springst du da rüber. Ja, hoch. Da ran. Klettern, 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 klettern. So, jetzt da rüber. Jetzt lauf mal kleiner. Schneller, schneller, schneller. Den muss einfach schneller gehen. Be 2500 rac Bern. Holla Б intendent 75 ... ... ... ... ... ... ... Das wählen wir nochmal. Ich verstehe nicht, was der nicht wagen da soll. Ähm, ja, nee, komm. Ja, das war jetzt ganz toll. Das war jetzt richtig mega super klasse.